Moin Moin und herzlich willkommen bei Motorrad S.T. zum Vergleich der Top 5 Naked Bikes zwischen 150 und 180 PS. Wir zeigen euch in diesem Video fünf Maschinen, die in diese Kategorie passen, fünf aktuelle Maschinen und ja, wahrscheinlich fragt sich jetzt der ein oder andere, warum eigentlich 150 bis 180 PS. Ganz einfach, darüber beginnt dann die Kategorie der sogenannten Hyper Naked Bikes. Hier also zeigen wir euch fünf Power Naked Bikes, die ab 13.000 Euro kosten, insofern noch einigermaßen erschwinglich sind die Hyper Naked Bikes mit 200 PS und mehr. Ja, die beginnen eigentlich eher so bei 20.000 Euro und insofern sind die Power Naked, um die es in diesem Video hier geht, wesentlich erschwinglicher, werden auch häufiger verkauft, sind einfach ein bisschen beliebter. Das hat sicherlich auch mit dem Preis zu tun. Ja, wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und schon geht es los. Ja, dann starten wir mal in dem Vergleich mit der BMW S 1000 R hier zu sehen und wir beginnen mal mit den Abmessungen. Die Maschine ist zwei Meter neun lang, Radstand 1,45, Sitzhöhe 830 Millimeter oder 814. Da kann man zwei Sitzhöhen einstellen und das Gewicht vollgetankt nur 199 Kilogramm. Das werdet ihr feststellen, dass diese Naked Bikes alle relativ leicht sind, mit einer Ausnahme. Der Sitzlosbetrieb hier, Markus hinten drauf, naja, der ist, das ist leider bei allen Naked Bikes, auch bei der BMW der Fall, eher so 1b. Also man kann zwar zu zweit fahren, aber richtig viel Platz gibt es da nicht. Ja, das ist das Cockpit der BMW S 1000 R mit diesem, ja, das neue TFT-Farbdisplay, beziehungsweise das gibt es ja schon seit ein paar Jahren bei BMW mit so ein paar typischen BMW-Schaltern. In Serie haben wir hier drei Fahrmodi, Smartphone-Connectivities dabei und auch eine Sechs-Achsen-IMU zur Steuerung von ABS Pro und zur Steuerung der dynamischen Traktionskontrolle. Alles Weitere wäre dann aufpreispflichtig, zum Beispiel ein Quickshifter, da musst du ja extra bezahlen, oder das adaptive Kurvenlicht oder eine Reifendruckkontrolle, Kilsweite und so weiter, muss man alles extra bezahlen, aber ob man das braucht, würde ich mal in Frage stellen. Auf jeden Fall sind wir hier sehr gut klargekommen. Hier sind nochmal die Schalter links, das ist alles typisch bei der BMW. Die S 1000 R kommt in Serie mit Voll-LED-Ausstattung, das kann man hier gut sehen, es hat auch eine, finden wir, eine sehr schöne Lampenmaske, sie lächelt so ein bisschen und auch die Blinker kommen in LED-Technik. Also diese Maschine erkennt man schon von Weitem und sieht aus unserer Sicht zumindest wirklich sehr, sehr stylish aus. So, dann werfen wir mal einen Blick auf den Motor, das ist der typische S 4 Zylinder mit 999 Kubik von BMW. Er leistet hier bei der S 1000 R 165 PS und 114 Newtonmeter Drehmoment und zwar bei jeweils 11.000 bzw. 9.250 Umdrehungen. Die Maschine rennt 261 Kilometer pro Stunde, wer das mal ausprobieren will. Viel Glück dabei, also eine echte Granate, kann man nicht anders sagen. Der Tank hat einen Inhalt von 16,5 Litern Verbrauch, der Maschine liegt bei 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Das bedeutet dann eine Reichweite von 266 Kilometer. Das bedeutet dann eine Reichweite von 367 Kilometer. Das ist das, was man so leute beschleunigung ich bin im dynamic mode markens ist auch bereit aber mal sehen wie lange ich hier brauche von 0 auf 100 321 ab geht das füchslein ja sie steht in den papieren mit 3,1 glaube ich also naja 165 ps bei nicht mal 200 kilogramm was will man da sagen also ich habe übrigens nicht vollgas gegeben dann geht es nämlich hoch vorne ich weiß gar nicht es gibt auch die control aber ich bin mir nicht ganz sicher das ist irgendwie teil eines paketes dynamic paket oder so glaube ich weiß gar nicht ob sie die hier hat aber das ist ja nun mal eine leihmaschine insofern die wollen wir heile wieder zurückbringen aber geht ab wie schmids kätzlein dann machen wir gleich auch mal hier die den durchzugstest machen wir ja mal im fünften von 60 auf 100 im fünften bin ich 60 fahre ich auch gleich 3,2,1 los geht's oh man ey ja was war das jetzt zwei sekunden oder was wahnsinn also leute mein adrenalinpegel hier also immer noch eine bremsung ja dann geht auch gleich hier die warmbling anlage an ja genau markus ist gerade zurück von seiner probefahrt und hat jetzt ganz frische eindrücke von euch erzählen was geht ab hat kraft das ding also das ist ja irgendwie finde ich ganz interessant unter 200 kilo über 150 ps über 155 ps um genau zu sagen es sind glaube ich 165 glaube ich so das ist natürlich schon eine ansage dass das geht gut zur sache geht gut vorwärts gar keine frage ich bin da jetzt gar nicht so der kraft fetisch ist ich also nächstes fast ein bisschen zu viel aber besser haben als brauchen keine frage ansonsten fährt sie sich sehr schön ich finde es also auf mich macht es den eindruck dass man sehr gut alles unter kontrolle hat was ich bei so viel kraft auch sehr wichtig finden was ich aber sagen muss jetzt sage ich es schon wieder jetzt habe ich in der probefahrt auch schon 300.000 mal gesagt es ist von der sitzposition nicht meins also ist tatsächlich so das habe ich selten aber ist tatsächlich so dass bei mir relativ kurzer zeit die handgelenke ging also deswegen ist es jetzt für mich wenn ich mir vorstelle da jetzt eine lange reise mitzumachen kann ich mir träume ich von anderen motorrädern aber genau aber so jetzt um hier mal sportlich um die ecke zu fahren das macht natürlich schon echt passen das muss man natürlich sagen und was ich auch sagen muss das motorrad lacht da gibt ein sonderplus ja stimmt also ich kann nicht alles unterstreichen für mich ist es auch jetzt im vergleich zu anderen naked bikes sehr sehr sportlich ja 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 also jetzt immer der motor das ist ein vierzehner ein rein vierer das ist natürlich das ist der beweis dafür dass ein rein vierer mit 1000 kubik eigentlich perfekt ist also es gibt ja mittlerweile auch 1200 13 14 15 schneller höher weiter genau alles quatsch 1000 kubik perfekt das ist für die maschine nicht nicht zu schwer und der ist so schön elastisch du kannst langsam fahren du hast wie also du kannst so smooth durch ja ich habe auch vorhin mal im sechsten gang irgendwie bei 60 vollgas gegeben da macht sie macht sie macht sich aber trotzdem jetzt im vergleich zu den anderen hyper naked's finde ich die sitzposition ist mir auch schon ein bisschen zu sportlich also im grunde genommen ist das ja also es ist eigentlich der rr wo sie einfach nur die verkleidung abgebaut haben okay der drehmomentverlauf ist ein bisschen nach unten gerutscht für für landstraßen gezoppelt aber trotzdem obenrum hat sie auch noch reichdammt also das ist schon echt und wie du eben schon gesagt hast das finde ich übrigens auch wichtig damit wirkt übrigens bmw auch auf der webseite irgendwie so leistungen aber trotzdem volle kontrolle oder so und das ist das stimmt irgendwie ne ja da finde ich das ist für auffällig für das finde ich auch extrem wichtig ja man hat ja manchmal auch so eine so eine geschosse unterm po ja und du denkst du ja 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 genau das hier überhaupt nicht so ich finde man fühlt sich wohl man merkt dass da sehr viel kraft ist aber man hat jetzt nicht das gefühl dass es außer kontrolle geht und das finde ich geil das fahrwerk ist irgendwie ich weiß auch nicht das kann man immer so schlecht beschreiben wo jetzt unterschied ist weil die anderen sind da jetzt nicht wackelig oder nervös oder so aber die hier ist echt boff na so richtig irgendwie geiles fahrwerk und also ich finde sie ich finde sie sogar ich würde sie mir nie in leben und rot kaufen nie ja also selbst wenn jetzt die silber gelbe da 1000 euro auf preis kosten würde ich immer die nehmen also nicht weil ich rot jetzt so furchtbar finde aber ich das passt nicht zu bmw finde ich echt da bin ich genau andersrum in der silber gelbe gefällt mir überhaupt ich finde das wird besser motorrad test de rot muss ja aber noch geiler finde ich halt das m pack ja okay also hatte ja ein bisschen teuer ist an der kostenfrage aber ja gott ja aber insgesamt ja für wen eignet sich die maschine vielleicht kommen wir da noch mal drauf zu sprechen nochmal ich unterstreiche es nochmal das ist kein street fighter im klassischen sinne sondern das ist eine sportmaschine eine sportmaschine wo man alles abgebaut hat die abgeht wie schmidts katze mit einem super elastischen schönen motor ich finde auch den sound geil also richtig so wie es sein muss hier so aggressive ne ja ja genau so ein bisschen fauchend und so super lenker super parts auch hier alles so wenn man sich das hier mal anguckt alles einstellbar in der reichweite hier alles schwarz eloxiert bmw also es ist das das muss man nicht sagen das gibt was können die können das ich meine klar es ist auch jetzt keine kein schnäppchen aber immer wenn man mal in die nackt kostet die 14 irgendwann was war das ist egal 14 14 5 glaube ich und wenn man sich jetzt mal umguckt bei den power naked dann ist das fast schon billig wollen ich übertreiben und ich meine klar die meisten nehmen halt auch alle pakete also wie sie hier steht die hat ja fast alles außer eben diese carbon räder und ja wobei ich muss da ganz ehrlich sagen ich finde das wird immer so oft gesagt und wegen wiederverkaufswert und so und du musst alle ich finde das nicht ich kaufe dinge nur so ausgestattet wie sie haben will ja das was ich nicht brauche ja weg genau also mut zur lücke wo ich das gerade sehe hier quickshifter da muss ich noch mal sagen ich habe mir in der vorbereitung hier auf den test den 1000 ps test angeguckt ja und das fand ich ganz witzig der liebe fauli hallo grüße nach wien der hat irgendwie ich weiß auch nicht wie die darauf kommen oder wollte irgendwas negatives sagen und das ist jetzt gerade den quickshifter rausgesucht und ich finde ich nun gerade 1000 ganz gelungen also jetzt im vergleich zu den erner zu den boxern da finde ich auch da das stimmt schon da ist der quickshifter so ein bisschen komisch aber hier finde ich den super smooth also sowohl nach unten als auch nach oben man muss ein bisschen nach unten ein bisschen kraft das stimmt schon aber eigentlich ist das finde ich an der an der an den tausendern der beste quickshifter also fauli erzähle ich so einen quatsch das ist hier echt gelungen und insgesamt ein gelungenes motor aber klar man muss es mögen das ist halt immer so naja geschließt war gar nicht so sehr auf super sport genau das muss man auch dazu sagen also das muss man aber vorsichtig sein es ist null mein beuteschema ich ja mit ihm leben kaufen ich für mich ja klar das heißt aber ja nicht dass das motorrad irgendwie negativ oder schlecht ist das motorrad ist geil motorrad kann nichts dafür der fahrer passt nicht zur maschine würde ich sagen also ich hätte sie gerne die zweite maschine in unserem vergleich ist die ktm 1290 super duke m sie kostet aktuell 18.999 euro und ist auch deutlich die teuerste maschine in diesem vergleich sie ist 2 meter 18 lang rad schon 148 sitzhöhe 835 mm gewichtlicht hier vollgetankt auch bei knapp unter 200 kilogramm und auch hier gilt vorne sitzt man gut hinten sitzt man nicht ganz so gut ja die maschine gibt es schon seit 2013 aber es gibt schon diverse neue evolutionsstufen das hier ist das modell 2020 hier mit neuen schaltern und auch mit zwei extra schaltern das ist nicht etwa ein quickshifter sondern da kann man die traktionskontrolle sensibler bzw weniger sensibel stellen und ja auch hier gibt es ein schönes großes sehr sehr gut ablesbares tft farbdisplay das ist wirklich allererste sahne finden wir und ja auch technisch ist hier einiges an bord weit bei war ja haben wir natürlich mehrere fahrmodi gibt es hier und dazu gibt es auch noch ein kurven abs und eine wheelie control und eine stoppie control und ja also alles mögliche ist hier schon eine serie an bord man kann aber auch noch ein track modus dazu buchen und eine motorschleppregelung und weiß der teufel was also kann man sie richtig austoben aber wie gesagt schon in serie gerade aufgrund dieses tollen displays hier finden wir ist die maschine eigentlich völlig ausreichend ausgerüstet das gilt auch für die lichtanlage auch hier komplett led mit dieser typisch ktm etwas insektoiden ansicht tagfahrlicht ist hier an bord dieser geschwungenen form und auch von hinten sieht die maschine richtig cool aus finden wir das ist schon alles ganz ganz fein der motor ist ja ein alter bekannter the beast der v2 mit 1300 kubik 180 ps leistet der motor und 140 newtonmeter bei 8000 umdrehungen also ja deutlich auch die stärkste maschine den vergleich sie läuft angeblich 240 wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller tankinhalt hier 16 liter und reichweite liegt bei etwa 258 kilometer und wie die maschine klingt wie sie beschleunigt und welche meinung wir zu ihr haben hören uns jetzt mal an ja 0 auf 100 beschleunigung erst mal den fahrmodus hier wechseln wir wollen ja hier voll das programm geben wie geht das hier zack zack sport das doch eigentlich relativ intuitiv hier gas griff nach vorne sport alles klar so da drüben ist volker schon bereit jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen in position bringen nicht so einfach hier darf jetzt natürlich kein auto kommen okay ich hoffe ihr seid bereit ich bin es 3 2 1 auf geht's schnorcheln oh man alter schwede ich gebe noch mal gas kommt ja sofort hochfahren ja weiß jetzt nicht was das war also angegeben ist sie mit 3,1 von 0 auf 100 und ja das glaube ich ja gerne also was gar nicht kann ich kriege mich gar nicht ein hier also das ist so ein power bolzen hier dieses ding voll geil so 60 auf 100 im fünften mal sehen dürfte auch kein problem sein 3,2,1 ab geht der fox also am anfang währt sie sich immer noch so ein bisschen der motor der der marx nach wie vor gerne ein bisschen ich sag mal so alles ab drei findet er gut darunter ist findet er nicht so geil aber trotzdem der hat so viel kraft das schüttelt da auch ganz locker aus dem ärmel hier also also dieser unterschied zwischen dem sport und dem street modus der ist echt frappierend ich bin bisher die ganze zeit im street modus gefahren reicht ja eigentlich auch vor allem weil hier heute ist so ein bisschen feucht und es liegt auch ein bisschen laub auf der straße also da will man ja eigentlich gar nicht so voll los brettern aber ich muss zugeben es macht doch noch ein bisschen mehr spaß im sport modus im wald gelandet hier das muss irgendwie hier so ein kletterpark der kletterpark ist das hier waldsrode nee wir sind wir sind in der nähe von quickborn haben uns ein bisschen verfahren hier wissen gar nicht genau wo wir sind aber ist egal wir haben hier auch so pro fahrt gemacht hier hatten wir endlich mal freie fahrt konnten mal richtig gas geben und wollen euch jetzt mal unsere eindrücke hier schildern von dem beast von der ktm 1290 super duke r ja folger fang du doch mal an bitte was hältst du das ist kein beast das ist eine bulldogge nur im geläuf ein bisschen zierlicher hier als eine bulldogge aber ich finde das ist ein richtiges tier das teil und zwar das fordert einen auch dazu auf mal so richtig schön am gasgriff zu drehen und das ist eigentlich mehr so ein bockbike was richtig schön spaß macht dabei aber noch äußerst kultiviert zu fahren ist finde ich und das finde ich richtig klasse das ist finde ich auch ist ein wesentlicher punkt obwohl sie diese heftige leistung hat man kann sie also ist jetzt natürlich kein einsteiger motoren das ist ja logisch aber trotzdem man ist jetzt nicht irgendwie so überfordert also was weiß ich wenn ich an die ducati street fighter v4 denke das war schon grenzwertig aber hier kann man draufsetzen und losfahren aber wenn man will kann man es echt fliegen lassen mit dem ding leicht wendig kraft ohne ende super bremsen genau super bremsen und dann auch dieser sound dieses schnorcheln hier vorne das habe ich das habe ich noch nie so extrem bei einem motorrad so auch bewusst wahrgenommen dass da vorne so da ist richtig was los ich meine du sitzt ja auch direkt vor diese vor diesem gierigen ansaugstrakte ja wir wollen ja so ein bisschen noch auf die unterschiede eingehen ist diese andere probefahrt schon so lange her so ein bisschen schwierig ich habe das gefühl ich glaube der motor hat auch weniger schwungmasse dass der noch ein bisschen flotter hochdreht ich habe aber auch das gefühl das hat uns ja auch sascha vorhin noch kurz erklärt die von den leistungsdaten her ist das nicht so ein großer unterschied drei ps mehr okay das ist ja eigentlich wurscht aber der drehmomentverlauf ist halt so ein bisschen völliger die hatte vorher homogener geworden finde ich ne und ich bilde mir ein das auch zu merken also ich bin jetzt zum schluss hier auch mal richtig im sportmodus und so also man muss schon ein bisschen vorsichtig mit ergassern sein weil die geht echt gerne auch hoch ich finde auch faszinierend dieses breite nutzbare drehzahlband du kannst ja bis zum drehzahlbegrenzer auswringen und du kannst aber auch schon ab 3000 touren fahren ich meine das ist richtig fast konkurrenzlos dieses breite nutzbare drehzahlband das stimmt wobei darunter unter 3000 das ist immer noch so da hörst du die kette auch nur in den unteren gängen machen und dann nur zart ans gas gehen aber sie kann das sie macht das so zu den fußrasten wolltest du noch was erzählen ach ja da gibt es noch so eine richtig coole option für denjenigen an der es richtig krachen lassen möchte der kann die fußrasten zwei zentimeter nach hinten und anderthalb zentimeter nach vorne nach oben stellen um mehr bodenfreiheit zu generieren das finde ich eigentlich ein ganz geiles feature vor allem das stimmt das recht ich meine zwei zentimeter hört sich nicht viel an das ist aber viel bei fußrasten genau du kannst halt die die sitzposition mehr so in deinem gusto irgendwie anpassen das finde ich cool generell finde ich sitzt man ziemlich sportlich auf dem bike sportlicher als auf dem vorgänger ich weiß nicht ob ich mir das einbilder aber ich meine da saß man noch ein bisschen aufrechter hier sitzt man sehr sportlich gespannt sehr vorderrad orientiert passt ja aber auch zu dem ding ich glaube der lenkkopf ist auch vier zentimeter weiter nach unten gewandert deswegen auch die sitzposition weiter nach vorne genau aber das passt gut also du hast nicht das gefühl dass es unbequem ist dass du über den lenker gezogen wirst sondern das passt irgendwie also ist von der position für mich passt das alles ich finde die karre geil scheiße ich finde sie auch geil was mir auch aufgefallen ist der 200er schlapp also ist natürlich cool aus und wobei ich weiß nicht also ich bin mir ein die die alte ließ sich ein bisschen besser in kurven werfen sondern ich weiß jetzt gar nicht so sehr ob das jetzt am reifen lag kann aber gut sein 200 ist schon stimmt das recht ist auch so ein bisschen an der grenze also breiter darf er nun wirklich nicht werden aber sie natürlich sie natürlich beeindruckend aus muss man sagen ja also ansonsten wirklich ich finde fast so ein bisschen der inbegriff eines street fighters also so das ist einfach es ist so wenig dran das ist ja eigentlich nur zwei zwei räder und motor kaum noch rahmen kaum noch kaum noch schnickschnack verkleidung natürlich sowieso nicht und irgendwie geboren dazu um spaß zu haben es ist so oft das wesentliche beschränkt und man sieht auch an diesen angaben die die gemacht haben zum beispiel motor gehäuse 800 gramm weniger ich meine da haben da haben die echt einiges versucht und oder auch nichts unversucht gelassen und wenn man sich überlegt dass bei so einem trockengewicht von 189 kilo dann auch noch einmal sechs kilo also das gewicht vorher waren ja sechs kilo mehr das sind schon welten und das kostet auch richtig kohle das dabei noch mal zu sparen dieses gewicht das ist schon echt klasse aber irgendwie mission gelungen man merkt irgendwie auch die ist so mega wendig und das ist das war auch das erste was du mir gesagt hast vorhin als du da als wir ins gehege gefahren sind du hast gesagt mein gott ich hätte gar nicht gedacht dass die so leicht und so wendig ist weil im ersten moment denkt man ja huu um hilfe so schweres bike ist sie aber nicht die ist natürlich als erstes vor dieser gewaltigen ps angabe hat man unheimlichen respekt und du denkst natürlich auch unwillkürlich ich habe 180 ps unter dem arsch und das ist dann auch ein riesen fettes schweres motorrad das ist aber eben nicht so du hast zwar eine richtige power maschine unter dem arsch aber die auch noch leicht ist und das ist eine ganz geile kombination aber wenn ich jetzt mal zum beispiel denke an die kawa z h2 ich habe es jetzt nicht im kopf aber ich glaube die wie 240 oder so und das ist schon unterschieden also die ist leichtfüßig sie ist aber trotzdem stabil also fahrwerk alles hat es auch vom radstand her noch länger und so das ist einfach noch das merkst du schon also wirklich echt eine sehr sehr beeindruckende maschine da kann man sich so zusammenfassen und also wenn ihr bock habt auf ein kraftvolles naked bike fahrt mal zu bergmann und söhne an den niederfeld und probiert es einfach mal auch wobei wirklich das war ich jetzt echt ernst bitte nicht wenn ihr frisch dabei seid und auch nicht wenn ihr erst seit einem jahr motorrad fahrt oder sowas also eigentlich auch noch nicht zwei also das ist echt das ist echt eine waffe und sollte man wirklich nur fahren wenn man seine rechte hand oder kontrolle hat und auch alle sein gehirn noch funktioniert also sonst ist es ist einfach zu gefährlich aber wie gesagt insgesamt ein super geiles bike hat richtig spaß gemacht also mir hat die richtig spaß gemacht ja so kommen wir zur dritten maschine der suzuki gsxs 1000 ein kleiner geheimtipp weil sie nämlich nur 12.900 euro kostet es gibt die gsxs 1000 seit 2015 das hier ist allerdings das aktuelle modell 2021 kam es auf den markt auch hier schauen wir mal auf die abmessung 2 meter 11 lang rad stand 146 sitzhöhe 810 mm und gewicht vollgetankt 214 kilogramm also 14 15 kilo etwa mehr als die anderen naked bikes dafür sitzt man aber auch ganz gut finde ich und sogar dabei fahrradchen klein bisschen mehr platz als auf den anderen maschinen aber trotzdem ist es natürlich immer noch ein naked bike mit dem man nicht unbedingt zu zweit von hamburg nach münchen fahren aber trotzdem ja geht das platzangebot hier durchaus in ordnung eine kleine katastrophe ist ehrlich gesagt das cockpit bei der gsxs 1000 es ist nicht gut ablesbar ihren lc display auch so ein bisschen alt backen viele kleinteilige informationen und auch von der technischen ausstattung her muss die suzuki ein bisschen federn lassen es gibt zwar right by wire und drei fahrmodi und es gibt auch eine fünffach einstellbare traktionskontrolle und anti hopping kupplung und auch eine speziell bei suzuki ja oft verwendete starthilfe easy start heißt sie aber was es nicht gibt ist zum beispiel eine schräglagensensorik es gibt keine sechsfach imu kein kurven abs und eben auch kein modernes cockpit allerdings wiederum kleiner vorteil bei der suzuki gsxs 1000 ist dass hier auch der quickshifter in serie also innerhalb dieser 12.900 euro mit dabei ist also da muss man ehrlicherweise sagen da ist tatsächlich die suzuki technisch gesehen den anderen hinkt sie ein bisschen hinterher aber dafür ist sie eben auch wirklich deutlich günstiger das muss man dann davon natürlich auch nicht vergessen optisch wiederum finden wir sie sehr sehr ansehentlich hier vorne auch volle led mit diesem übereinander gestapelten abblendlicht und fernlicht blinker kommen auch in led technik auch hinten das sieht doch eigentlich alles ganz schick aus so der motor der suzuki ist super es ist der alte k5 der wird schon seit jahren von suzuki weiterentwickelt er leistet hier 152 ps und 106 newtonmeter jeweils relativ weit oben vier zylinder reihe ist das mit 999 kubikzentimetern hubraum höchstgeschwindigkeit 240 kilometer pro stunde also ein echter dampfhammer dieser motor das werde ich ja gleich noch mal im gespräch hören ja der tank inhalt liegt hier bei 19 litern und der verbrauch bei sechs liter etwa das bedeutet eine reichweite von 311 kilometern und wie alle in diesem video vorgestellten maschinen gibt es hier ein sechsgang getriebe mit kettenantrieb und einer anti hopping kupplung ist auch hier bei der suzuki an bord und wie sie klingt wie sie beschleunigt was wir von ihr halten hört ihr jetzt und hier ist wie kommen wir zur beschleunigung der suzuki gsx strich erst 1000 freie bahn noch nicht 0 bis 100 holla die waldfee leute mehr braucht man nicht und ihr auch nicht das ist ja der hammer so wir kommen noch mal zum durchzugs test ich sehe gerade automatische blinker rückstellung gibt sie offenbar nicht aber dafür ist der quickschiff da richtig smooth so 60 auf 100 im fünften gang richtig schön ist das schiff da ist mir vorhin noch gar nicht so aufgefallen man muss gar nicht so hoch drehen und trotzdem ist das move wunderbar so durchzucht setzt sich auf 100 drei zwei eins los geht's man geht ab ja wir sind zurück von unseren probefahrten vollkommen eindrücken genau und ja wir haben eben schon beide so ein bisschen geschnackt und sind beide ja echt begeistert da kann man ja das ich bin auch ein bisschen überrascht so ich hätte eigentlich nicht so richtig viel erwartet aber es ist irgendwie also ich weiß noch ein naked bike mit einem rein vierer ist einfach geil das ist schon wirklich cool muss ich auch sagen also ich bin jetzt nicht unbedingt der der rein vierer verfechter aber die maschine fix einen richtig an und es ist irgendwie zu suzuki ne ja genau das ist suzuki und das ist im gründer um was was bedeutet suzuki also suzuki baut in anführungsstrichen eher einfacher motorräder also jetzt schlicht ja nicht so überkandidelt aber die sind einfach gut gemacht also alles was hier dran ist an der maschine funktioniert auch gut ne also auch die knöpfe hier das wirkt alles auch hochwertig ich finde der motor läuft erste sahne der motor läuft die schwinge ist super der auswurf der sound ist auch geil richtig also das habe ich irgendwie auch wie früher finde ich genau ein bisschen leiser als früher aber der aber der ton ist der gleich ja ja und man kann halt mit sonder mit sonder maschine mit der gsx 1000 kann man ganz ruhig fahren irgendwie auch niedertourig ohne dass der motor hat oder die kette hackt oder der motor rum und dann kann man auch schön im vierten langsam hoch beschleunigen oder schnell und ja also ich meine im sinne von man muss nicht immer hochtourig man kann auch mal niedrigtourig sehr sehr durchzug stark muss ich sagen ich weiß nicht was du da eben geschafft hast aber es war ja 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 also 65 auf 100 durch die zweieinhalb glaube ich oder so na ja ja und sie hat ja nun mal 152 ps das ist schon echt sehr viel ist ja nicht wenig nein das ist sehr viel ja aber aber ich muss auch ehrlich sagen also jetzt werden wahrscheinlich einige lachen ich habe gerade vor 23 tagen so ein video online gestellt von wegen überflüssige features man hat ja auch das thema leistung habe ich halt mich verleiten lassen zu sagen man braucht keine 100 ps oder 150 ich bleibe dabei aber trotzdem ich brauche 150 ps heute habe ich es irgendwie genossen also das ist doch schon echt geil und vor allem was ich bei der maschine auch besonders gut finden ist die ergonomie also man sitzt aufrecht aber man sitzt trotzdem sehr versammelt also du sitzt schön integriert man man schnubbelt hier so rein du bist ja noch ein bisschen größer als ich du sagst aber auch gut gesessen ehrlich ja ja man hat hier hinten so widerstand noch genau und hinten an der kante genau richtig klasse ich kann und dann auch so ein paar details also diese dieser naja ich meine es ist jetzt wirklich nicht kriegsentscheidend im dorf lassen aber das ist so typisch aus typischen so kleinigkeiten diese starthilfe hier nach dieser automatische start und dieser low rpm assistent genau das ist ja auch einmal ausprobiert ja funktioniert total das wenn du willst starten genau das war man kriegt sie kaum abgewürgt und ja das also man merkt einfach suzuki das ist das erste motorrad von suzuki und es ist einfach super ausgereift und ich muss auch ehrlich sagen ich finde auch diese farben hier die sind schon cool also sind schon echt cool muss ich auch sagen ich meine suzuki übrigens auch diese applikation die so ein bisschen ja 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 das geht ganz schnell wird das albern ja und wirkt übertrieben aber hier ist es irgendwie ja weil es nicht eine große fläche ist sondern dezent gemacht ja das ist ja noch mal über der lampe fort ja das ist auch zubehör es gibt noch weitere ja also suzuki ist glaube ich auch carbon das soll auch so ein look der carbon optik sein ist natürlich aber aber es ist trotzdem geschmackvoll also es kann ich nicht über kann die die kram so echt gut gemacht also echt ist eine sehr sehr ausgewogene sehr schön und leicht zu fahrende maschine macht das aber was ja vom vierten bike in diesem video habe ich noch ganz frische test eindrücke nämlich von der ducati street fighter v2 sie kostet knapp 17.000 euro und den test haben wir gerade erst vor einer woche gemacht auch hier schauen wir uns mal die abmessung zunächst an ist zwei meter zehn langen radstand 146 sitzhöhe 845 millimeter und sie ist wieder genauso leicht wie die ersten beiden maschinen wie ich knapp wie ich genau 200 kilogramm folge tankt und ihr seht volker kommt hier kaum rauf also auch hier ist es mit dem sozius komfort eher etwas schwächlich bestellt aber guter fahrer fühlt sich schön integriert in die maschine auch hier gucken wir uns noch mal das cockpit ein bisschen genauer an hier die schalter das ist alles sehr intuitiv nutzbar muss ich sagen und die street fighter v2 hat auch ein schönes tft farb das nicht ganz so groß für die anderen aber wirklich ablesbar das muss man echt sagen und technisch ist sie auch super gut ausgestattet also es gibt hier kurven abs in serie an bord und es gibt eine traktionskontrolle und beide sind auch schräglagen abhängig also wir haben hier diese übliche bosch sechsen achsen imu eingebaut die die schräglage überwacht und ja es gibt einen super fluffigen quickshifter der ist auch in serie hier an bord funktioniert richtig gut genau wie bei der suzuki nach oben und nach unten und dann gibt es auch noch eine engine brake control eine ducati wheelie control alles ohne aufpreis drei fahren wo die sport rot und met und ja die bedienung ist wirklich einfach und ja da das betone ich so weil das bei ducati nicht immer so war aber mit zwei schaltern kann man ja wirklich auch ohne bedienungsanleitung sich ein fuchsen in das cockpit und das geht komplett in ordnung ja lichter schauen wir uns auch noch mal an auch hier voll led es gibt hier auch ein led tag fahrlicht auch einen separaten umschalter vorne an der rechten lenker seite zwischen abländlicht und led tag fahrlicht und die lampenmaske sieht genauso aus wie bei der street fighter v4 finde ich richtig schön und auch von hinten guckt euch mal diese einlässe an da kann man jetzt nicht sehen aber unterhalb der lampe sind so luftdurchlässe das doch alles sehr sehr schick ja die street fighter v2 hat einen klassischen ducati desmodromisch gesteuerten v2 mit 955 kubikzentimetern hubraum kennt man auch aus der panigale v2 er leistet 153 ps und 101 nm maschine rennt 240 kilometer pro stunde und ja der tank hat hier einen inhalt von 17 litern verbrauch sechs liter reichweite etwa 280 kilometer das ist ihr sicherlich schon gemerkt habe bei allen maschinen fast identisch hier und wie die maschine klingt was wir von ihr halten wie sie beschleunigt für uns jetzt so kommen wir zur beschleunigung der street fighter v2 wir sind jetzt in der sportmodus 0 bis 100 scheiße geht das ding los das geht ja wie diese sau das war auch noch nicht optimal aber ich glaube es reicht ich habe etwas zu früh in den zweiten geschaltet aber das ding geht wirklich wie die sau so dann machen wir noch mal unseren durchzugs test von 60 auf 100 im fünften gang 321 ab geht es füchsen ja das schüttelt sie sich ein bisschen also das mag der v2 natürlich nicht so gerne also das muss man auch ganz so eindeutig sagen er macht es klar aber wohlfühlen tut er sich so richtig sagen wir mal so ab 5000 dann gibt es auch richtig schub hier irgendwo in norddeutschland wir wissen nicht so genau wo wir sind doch habe ich zuhause irgendwo in der nähe von quickborn es fängt auch gerade an zu regnen also alles wie immer im grunde bei euch und aber ist egal wir haben ja ordentlich platz gehabt schöne landstraßen um der street fighter v2 von ducati immer so richtig auf den zahlen zu fühlen und wollen euch jetzt mal unsere eindrücke schildern die wir gewonnen haben auf unserer kleinen probefall folger fang du mal an folger fang du mal an aber ich finde die die art und weise wie er arbeitet und wie er seine kraft da bietet das ist schon einmalig auch für sich auch genau also man sollte ihn möglichst nicht unter 3000 fahren das merkt man schon ganz deutlich aber dann hat er nachher noch mal bei 8000 also wenn er noch mal ein turbo zündet also ich habe im dritten gang wenn ich den richtig aus beschleunige schiss dass er also der ist kurz davor dann vorne hoch zu steigen du bist ja das ist andauernd vorne hoch ich finde das ding ist echt eine granate und man sollte auf keinen fall denken auch 150 ps also finde ich wirklich nicht der ding ist wirklich eine bombe ja das geht das ist übrigens das was mir als erstes einfällt so ich habe mich wirklich an die street fighter v4 erinnert gefühlt und zwar in vielerlei hinsicht so von ja von der sitzposition von man so nach vorne guckt gut ist eine ducati das sieht halt alles ähnlich aus die optik sowieso vorne diese weil dieses leichte joker gesicht und aber auch vom fahren her wobei die v4 da habe ich ja da habe ich glaube ich habe mir die hose gemacht bin ich mir ganz sicher für habe ich wackelige knie gehabt das war mir zu viel also das hier ist genau richtig so dass da kann man sagen ja das ist schon richtig geil da kann man es mal richtig blubbern lassen aber man fliegt nicht gleich vom balken also das hat du karte ich schon ganz gut gemacht diese positionierung zwischen der monster und der v4 also wenn ich die wahl hätte ich würde sogar diese hier ja ich auch ich auch wobei er auch diese hier echt ganz schön laut ist das muss man auch eindeutig sagen ich habe das auch wenn der probefahrt mein willst du eine italienerin sagen schätzelein du hast leise zu sagen das geht nicht klar also ihr merkt schon ich bin da so ein bisschen ich bin eher so auf der vorsichtigen seite aber folge hat schon recht das ist eine ducati und die darf auch mal ein bisschen was von sich geben ja man merkt auch der klappen auspuffen wenn du ja ja vierten gang nur 50 fährst also im dritten ja dann macht sie einen auf ganz schön leise und sobald du so bei 55 56 bis macht ja das ist echt auffällig ja was ist noch zu sagen ich finde die verarbeitung einfach gut immer ja ich finde das richtig liebevoll da haben sie sogar an den geber zylinder für die bremse hinten haben sie liebevoll fett dran gemacht damit die teleskop stange da schön gefettet drauf und abgeleitet es ist liebevoll aber leute ich habe auch was zu meckern ja 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 wir sind vorhin auch leider ein bisschen durch den matsch gefahren ja für die fotoaufnahmen müssen wir auf dem acker stehen aber wir werden gleich noch mal die tankstelle auch so ja das ist eben so ne das ist wie kreis das ist mir so ein schön wettermotorrad also dann muss man auch der dreck hier hinten der fliegt von hier hinten durch durch diese öffnung und landet dann hier vorne ja ok gut aber auf der anderen seite immer guck mal hier beug dich mal runter ja immer durch ist das geil gemacht ja ist richtig cool also gerade die heckansicht hier mit dem licht das liebe ich auch den italienern dass sie einfach scheiß auf funktionalität die optik geil ja genau dann hat sie einen fetten lenkungsdämpfer hier funktioniert auch wunderbar was mich wundert ist wenn man das cockpit an macht es gibt keine benzin füllanzeige es gibt zwar eine kontrollleuchte hier oben ja bis jetzt ist sie ruhig gewesen aber siehst du da irgendwo wie viel benzin wir haben nein es kann nicht sein dass man in irgendeinem modi vielleicht noch mal sehen wie viel da drin ist bisschen komisch aber sehr auf der anderen seite sie hat selbst rückstellende blinker das ist ja auch nicht selbstverständlich bei motorrad und sie ist eben sie ist eben voll ausgestattet und zwar schon in serie und das kann ich wirklich bemerkenswert okay sie ist jetzt auch nicht ganz billig 16.000 euro das schon ist schon was aber wenn man jetzt mal einen wettbewerber daneben stellt und den so ausstattet wie die dann landet man da auch was zusammen ja das ist ebenso also das ist wirklich ein krasse bike ja das ist so richtig was wo man richtig spaß mit hat und das ist eine ducati das ist wirklich so eine ducati im klassischen sinne mit diesem desmo v2 wo du italienisch und ja also guckt sie euch an fahrt sie vor allen dingen mal fahrt sie vor allen dingen mal also es macht wirklich riesen spaß also ich will noch mal was zu den bremsen sagen ich habe nämlich vor dass die m4 stopper fahren und die von brembo und da wusste ich schon vorsicht also da geht was da geht was und da geht aber richtig was dann wir blenden das hier mal ein volker hat vorhin hier mal so eine kleine voll bremsung was gar nicht du hattest vorher glaube ich nicht ausprobiert oder so nö aber ich habe gedacht man muss ja mal muss ja mal zeigen was geht also die bremsanlage hier das ist der hammer das ist von der dosierung her super ja und die beißt so derartig also das schon geil also mit der maschine kann man es echt brennen lassen 150 ps irgendwie mehr braucht sowieso keiner eigentlich ist fast schon wieder zu viel aber es passiert hat was das gibt hat richtig spaß gemacht so das fünfte und letzte bike in diesem vergleich ist die triumph speed triple 1200 rs eine neue maschine sie kostet 17.900 euro ist ja bitte 2021 vorgestellt worden und ist so ein bisschen an der grenze zwischen power naked und hyper naked zum motor und zu den fahrleistungen komme ich später wir waren hier eingeladen von triumph so ein paar runden zu drehen in oschers leben auf einer rennstrecke es hat richtig spaß gemacht aber wir wollen zunächst auch noch mal hier auf die abmessung schauen die maschine ist zwei meter acht lang und hat eine sitzhöhe von 830 mm radstand 145 und auch sie wiegt vollgetankt knapp unter 200 kilo das scheint so eine schallmauer zu sein bei diesen power naked bikes bitte nicht mehr als 200 kilo auch das schafft die triumph speed triple 1200 rs ja das cockpit der speed 1200 rs auch sehr modern ich glaube man kann das hier einigermaßen zu uns erahnen ein 5 zoll tft farbdisplay man kann sogar sein smartphone verbinden mit der maschine man kann sogar wenn man will seine gopro verbinden mit der maschine und vom lenker hinten aus steuern ja sehr modern alles und dann schauen wir noch mal auf dem motor der triumph triple ist das hier ein dreizylinder mit 1160 kubikzentimetern hubraum lasse 180 ps und 125 newtonmeter bei 9000 umdrehungen will also gerne gedreht werden der motor höchstgeschwindigkeit ich habe 240 kilometer pro stunde ja die maschine kommt auch mit voll led licht das kann man leider auch nicht sehen aber es ist so auch die blinker kommen komplett in led tätig das ganze sieht finde ich richtig cool aus und ja tank hatten innerhalb von 15 1 halb liter verbrauch 6 liter und auch hier haben wir eine reichweite von 260 kilometer nicht ganz so toll aber das ist ja nun mal normal bei naked bikes ja die maschine rennt wie der teufel von 0 auf 100 ich meine ich in 3,3 sekunden wird glaube ich noch mal eingeblendet und ja technisch ist sie wirklich auch komplett ausgestattet es gibt hier natürlich fahrmodi right by wire es gibt einen quickshifter und wie gesagt die maschine ist komplett ausgestattet und ich habe dann noch mal die gelegenheit gehabt mit einem anderen fahrteilnehmer hier über die maschine zu sprechen ja jetzt habe ich mir noch mal ein teilnehmer hier rausgepflückt aus dem teilnehmerfeld das ist der gute reiner moin reiner moin wo kommst du her aus stuttgart wunderbar und wir haben uns ja gestern abend schon kurz kennengelernt was ich total geil finde ich habe mir erst mal deinen blog angeguckt auf deinen bildern über dieser geile die fahrende die fahrende wandwäsche aber das ist die speziale fertigung weil du so genau ja ja genau ja groß b das geld gefällt mir das habe ich schon über die jahre jetzt auch sicherheitsaspekt also ihr seid ja eben paar mal an mir vorbeigeknallt ich habe immer sofort gut dann lass uns mal hier über diese schöne maschine sprechen wir sind ja beide die gleiche gefahren die neue speed triple rs 1200 rs um es richtig zu sagen erzähl mal was du dann eindruckt also wenn du jetzt Joghurtbecher fährst ist ja schon unterschieden so ein naked bike ja klar das ist natürlich deutlich deutlich entspannter deutlich höher aber die leistung und wie die wie sie nach vorne schiebt ist halt schon imposant und ich freue mich dass jetzt nach auf der landstraße auch fahrer zu dürfen weil du einfach natürlich hast du hier leistung satt eigentlich reicht auch eine 3d für die landstraße aber du hast einfach leistung ohne ende du sitzt bequem drauf und du kannst richtig schön ballern mit dem teil und jetzt hier auf der renne musste ich sagen das hat richtig richtig spaß gemacht die die traktionskunde der regel fein die die reifen haben funktioniert einfach einfach alles so alles toll ich habe eben mal kurz als sicher fertig waren vorher angefasst alter schmied wir haben wir haben tatsächlich klar wenn der uli vorfährt dann gibt es kein halten mehr da müssen wir ja hinterher das ist ja die aufgabe aber das geht schon gut aber so generell der unterschied zwischen so einem super sportler und so einem naked bike also ich meine klar sie hat keine verkleidung das ist offensichtlich andere sitzpositionen anderer lenker und so aber so jetzt vom fahrwerk von der leistung her also ist ja ein anderer typ motor der motor ist ja du hast du hast von unten raus deutlich mehr mehr druck du kannst du kannst du dich auch wenn du mal im falschen gang rein rollt dann kannst du da da geht es immer noch vorwärts macht das mal mit einem super sportler mit heutigen dann stirbt sie dir schon ab also da geht da geht gar nichts fahrwerk brauchen wir gar nicht mehr darüber reden fahrwerke an diese naked bikes die sind mittlerweile aller allerbesten niveau also wie ich sage ich auch immer das war ja früher war das ja mein thema gerade in japan weil das ja auch schon 20 30 jahre her mittlerweile selbst auch selbst die schweizern einmal das ist eine maschine kostet 7000 euro glaube ich die auch ein geiles fahrwerk also das ist heutzutage kein thema mehr das ist überhaupt kein thema mehr bei mir natürlich mit der größe und mit dem gewicht ich bin ganz leicht da wird es dann doch teilweise wenn es dann auch warm wird dann wird es dann schon ein bisschen da muss wenn du dann ambitioniert unterwegs bist schon vielleicht noch ein bisschen was tun am fahrwerk es reicht vollkommen das reicht vollkommen okay so jetzt habt ihr alle fünf maschinen gesehen kommen wir zum fazit welche maschine sollt ihr kaufen welche maschine ist die beste und welche ist die schlechteste das möchte man ja eigentlich immer gerne sehen als zuschauer das weiß ich aus eigener erfahrung aber das geht schlichtweg nicht ihr habt glaube ich auch im laufe des videos gesehen dass es doch verdammt viele ähnlichkeiten gibt also die maschinen sind alle fast gleich schwer haben alle leistung im überfluss sind auch ähnlich ausgestattet wobei die suzuki das ist glaube ich deutlich geworden die macht eine kleine ausnahme sie ist ein bisschen schwerer und technisch zumindest nicht ganz so gut ausgestattet aber dafür ist sie eben halt auch deutlich billiger das hatte ich vorhin ja schon insofern finde ich wenn ihr euch für eine maschine dieser kragenweide interessiert könnt ihr eigentlich und das ist ja eine ganz gute nachricht einfach euren geschmack entscheiden lassen also am besten ist ihr setzt euch mal auf alle maschinen drauf vielleicht habt ihr auch die gelegenheit mal eine proberunde zu drehen und dann kriegt ihr schon ein gefühl dafür vielleicht ist auch die motor charakteristik und entscheidungskriterium was ganz vorne steht also wenn ihr nun auf dem v2 steht dann werdet ihr sicherlich entweder die street fighter v2 nehmen oder die ktm wenn ihr auf dem rhein vierer steht ja dann kommt eben nur die bmw oder die suzuki in frage und wenn ihr auf trippels steht dann die hier noch zu sehende triumph das denke ich mal sind so eigentlich die wichtigsten unterschiede bei diesen bikes der motor ja das war es bei diesem video ich hoffe es hat euch gefallen ist wieder mal ellen lang geworden aber gut wir wollen euch auch nichts unterschlagen was wichtig gewesen wäre für diesen vergleich wenn euch das video gefallen hat geht uns bitte einen daumen hoch vielleicht wollt ihr auch unseren kanal abonnieren wir testen euch regelmäßig für euch die neuesten maschinen damit grüßen wir euch wünschen euch noch einen schönen tag und sagen tschüss bis zum bald